So, jetzt legen wir los. Ich bin gespannt. Genau, bis das Schlüsselschwert Merkt er? Das ist genau so, was ich gesagt habe. Es ist nicht sein Plan, irgendwie böse zu sein. Er will wirklich, sein ultimativer Plan ist am Ende, die Dunkelheit zu besiegen. Das ist sein Goal. Das habe ich euch auch gesagt. Okay, es gibt noch eine Sache. Nur eine. Kannst du jetzt mit dem Meistern Meistern mal mega bremmer, was ich gesagt habe, über meine älteren Battle of the Darkness. Ja. During the course of that conflict, the darkness abandone, the forms are shifted from physical attacks to attacks on the human heart. Genau, der alte Kampf, der erste Krieg, der erste Schlüsselschwertkrieg, den der Meister der Meister gekämpft hat, war zuerst so. Und jetzt erzählt er hier, okay, sie haben sich ihre physische Form entledigt und haben dann das menschliche Herz angegriffen. Deswegen gibt es ja die Dunkelheit in den Herzen der Menschen. Genau. I'm doing so, they were able to claim the lives of many of my friends. Aber dass er jetzt auf einmal auch von seinen Freunden spricht, die er verloren hat. Ähm, ich habe euch noch, ich hatte gesagt, dass es ein Masterplan ist, ganz am Ende alle wieder zurückzuholen, die seit dem ersten Schlüsselschwertkrieg draufgegangen sind. Und dass er deswegen, dass er deswegen sagt, der Zweck heiligt, äh, heiligt die Mittel. Weil er, weil ich gesagt habe, der Zweck heiligt die Mittel, dass das sein Plan ist. Und im Prinzip ist das jetzt hier schon wieder ein Teaser, weil vorher hat er nur gesagt, die anderen sind egal. Der war auch hochmütig. Jetzt sagt er auf einmal, das waren seine Freunde. Okay, und er sagt, als sie das gemacht haben, haben sie ihren eigenen Willen aufgegeben, ja? Seven is perfect and lucky and bright. Thirteen is disordained, unlucky and blight. Fuck! Fick dich, Numura! Die sieben Lichter, die 13 Dunkelheiten. Locker ist das, jetzt fängt er halt mit seinem Bullshit mit irgendwelchen Gedichten an. Das wird ein Leitsatz sein. Diesen Satz werden wir in der Zukunft von Kingdom Hearts noch öfters, noch öfters hören oder lesen. Äh, ich call das jetzt, das Ding wird so ein, das Ding wird so ein Ding wie, may your heart be your guiding key. Dieser Satz, der wird wichtig werden. And the collective without a form became individuals waiting for the opportunity to nest within those who possess strong hearts. Ah, genau, okay. Das heißt so, die Dumpfbacken, das sind die Herzlosen. Und die richtig cleveren, das sind die, die sich in die Herzen einschmeicheln und versuchen halt die da mit zu besiegen, ne? Deswegen, das ist es nämlich. Dieser Satz allein, ich habe das im Meister der Meister Video auch nochmal gesagt, dass nämlich jedes Mal, wenn in der Vergangenheit über die Dunkelheit gesprochen wird, und ich habe hier nur zwei, drei, äh, Beispiele genommen, ähm, nämlich genau das mit Terra, das hatte ich mir rausgesucht, wo Terra sagt, Das habe ich mit Absicht gemacht, weil nämlich jedes Mal, wenn davon gesprochen wird, dass die Dunkelheit sich einwandert in die Herzen der Menschen und so weiter, dass das nämlich nicht so eine Naturgewalt ist, sondern dass das ein berechnender Wille halt ist, ne? Dass dieses kollektive Hive meint hier Dunkelheit. Und auch das bestätigt er jetzt hier nochmal. Er erklärt genau das. Das war schon bekannt, das habe ich jetzt nicht da in dem Video ausgefunden, aber ich habe es nochmal deutlich gemacht, und hier wird es auch nochmal deutlich gemacht, das ist das cool. Das ist sehr schön. You cannot defeat the darkness if it remains formless. Ja, es braucht eine Form. To make it vulnerable, we need to vessel with strong hearts. That's where you guys come in. Warte mal. Hat er jetzt, sagt er jetzt gerade, er möchte die Dunkelheit absichtlich in seine eigenen Schüler einschließen? Damit er dann seine eigenen Schüler killen kann? Warte, was? You don't mean. Look, I know that, that sounds bad. But hey, it was... It wasn't like I was just training you to become vessels. I wanted you to make your hearts so strong that when doctors took root on them, you wouldn't lose to it. Dieser Hurensohn! Dieser Hurensohn! Genau, Verzweiflung. Er ist der fucking Teufel, Mann. Er wollte sie absichtlich alle in die Scheiße reiten. I can't. Don't forget. Und er hat einberechnet, dass Ava das rausfindet und Ava irgendwann gesagt hat, dieser Wichser, das kann doch nicht sein Ernst sein. Warum sind wir die Opferlämmer vom Meister der Meister? Deswegen hat Ava dann gegen ihn rebelliert und ist der Verräter. Deswegen ist Ava der Verräter. Und Lucio wusste es. I told her, it clear as the end of what I had to do. I had her own mission. And she carried it out. This is a battle between human and inhuman. Don't let sentimentality cloud your goal. Genau. Der Zweck heiligt die Mittel. I wouldn't have entrusted the fate of humanity to you guys if you didn't believe in you. Aber er glaubt an sie. Man merkt es jetzt. Er spricht, er sagt zwar, er macht ganz schlimme Dinge, aber eigentlich ist er noch echt total... Also er ist... Wie soll man sagen? Man merkt halt, er ist eigentlich einer von den Guten, ne? Man merkt es. Man hört es raus. Okay. Numura macht weiter mit dem... Ich hab schon darauf gewartet, was passiert. Numura macht weiter mit dem Bibelthema. 13 Dunkelheiten. Eigentlich sagt er, es gibt unter ihnen sieben, die besonders heftig sind. Wahrscheinlich die sieben Todsünden halt wieder, ne? The darkness that take root within us will be divided and conquered. That was the Keyblade War is for. Ahhhh. Okay. Ich hab zwar gesagt, alle Schlüsselschwertkrieger und so weiter sind halt nur dafür da, um am Ende sein Ziel zu erreichen. Ja, okay. Klar, ne? Weil er mauschelt sich alles so hin, wie er das haben möchte. Klar. Aber. Teile und Herrsche. Er macht die Dunkelheit dadurch schwächer, indem er sie... Wow. Alle. Die... Mit dem Meister, seine Schüler und so weiter. Das sind im Prinzip alles Anti-Aquas. Wenn ihr so wollt. Das, was mit Aqua passiert ist in Kingdom Hearts 3, das zieht der Meister der Meister mit seinen Schülern durch. Und er ist halt selbst aufopfernd und sagt von wegen, nur so können wir das killen. Und ich sag euch, das Endcode wird sein, alle wiederzuholen. So the traitor among the union leaders, the war. It's all for this purpose. Yeah, I told you. That's right. That passage of the book of prophecies is a tool. I told you. Negative emotions like suspicion and discord create prime nesting groans for darkness. I told you. I needed you all to fill them with all your hearts. I told you. Dieser manipulierende Fickpimmel. As conflicting emotions collide, they become amplified. Thus the seven strongest of the thirteen darknesses will reside in your hearts. Und das sind die seven deadly sins. Five will be locked away in the new union leaders who will... Oh, who will come after we're gone. And one will remain trapped in this world. Deswegen hat er nochmal extra die Union Leader quasi die Schlüsselschwertgilden gegründet. Aber warum nicht gleich einfach mehr Gilden machen? Um alle zu fangen. Oder vielleicht wärst du offensichtlich gewesen und die Darkness hätte das dann gemerkt. Aber holy moly, Alter. Das heißt, okay. Auch Fimmer und Co. Einfach nur Opferlämmer. I'm not planning to sacrifice anyone. I'm preparing ways to save them. I fucking told you. I fucking told you. I fucking told you. I fucking told you. I have high hopes for you, Luxu, the traitor. Ach, Luxu. Was? Was? Es ist aber nicht der Verräter. Luxu. Doch, Luxu. But how? Luxu ist eigentlich der, zumindest soweit wir wissen, der am meisten alles ausführt, was der Meister der Meister ihm sagt. Er ist elf, Alter. Wieso kann ich... Wieso ist Luxu jetzt der Verräter? What? No way. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 1, 2, 3, 4. 4. We just wanted to open the gate for us before you leave. Die wollen mit. Sie wollen raus. Was? Welches Tor? Then the first shadow tell you. Our goal is to expand. Genau. We're going to pass through the portal and affect all kinds of worlds. Wie eine Zombie-Apokalypse. Resistance is futile. Sie werden assimiliert werden. Widerstand ist zwecklos. Hahaha. Das ist doch kein Zufall. Komm. Die benutzen den Catchphrase der Borg aus Star Trek, Alter. Boah, da muss ich mir immer selber gerade auf die Schulter klopfen. Da war ich ja on point war ich. Da war ich ja on point. Hahaha. Hahaha. How foolish. As soon as the fighting starts, get into the arc. Spricht das mit dem Spieler? If only one of us can survive, I want it to be you. Warum? Oh foolish. What is the player? Ich bin für die ganze Zeit böse. Das ist bei humans can never defeat the darkness. Das ist die fünfte. Die fünfte ist die ganze Zeit in uns drinne von unserem dunklen Shiriti? Von unserem dunklen Shiriti? Didn't we tell you we have no floor and we cannot be destroyed? Aber wann? Wie lange schon? Wie lange sind wir als Spieler schon der Dunkelheit verfallen? Wann ist das passiert? War das die ganze Zeit schon so? Lag das an dem schwarzen Shiriti? An dem dunklen Shiriti von uns? You're the one from before. You're going to defeat it after all. Ah, okay. Ah, okay. Stimmt. Es gab aber die Story Quest. Man musste ja gegen die Dunkelheit kämpfen. Wo dann Ventus auf einmal rumgeleuchtet hat. Und da ist es anscheinend in uns rein geflohen oder was? Raus aus Ventus und rein in uns? Oder wie? Laser. Okay. Wo hat er die jetzt hingeballert? I'm Lucio. Disciple of the Master of Masters. Okay. Oh, warte. Die haben sich vorher noch nie getroffen, ne? Es gab ja am Anfang, als, ich weiß es noch, als wär's gestern gewesen, äh, als das Update kam, als die neuen Union Lieder angekündigt wurden. Und da wurde halt, äh, Brain gezeigt. Und alle haben sofort gesagt, Brain, Break, schwarze Haare, passt ganz grob vielleicht. Und es gab ganz viele, die gedacht haben, dass Brain halt Break ist, aus Radiant Garden später. Weil, Ventus ist ja auch da rumgelaufen und so weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Ob's da jetzt noch irgendwie ne Connection gibt. Warte, wer ist jetzt draufgegangen, dass er sagt, es fehlt? Meint der Ventus? Meint der Strelitzia? Ja. Brain möchte jetzt die physischen, echten Pots nehmen, sie in die Matrix stecken, damit es da mehr von den Pots gibt, damit alle aus der Matrix rauskommen können, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja, für die übrigens, die es nicht wissen, also ich weiß nicht, ob hier noch Leute, die sie mit dem Spiel gar nicht vertraut gemacht haben. Im Prinzip, die, die Hälfte des gesamten Handyspiels findet auch nur in der Matrix statt. Weil, Nomura. Es ging gerade kurz vorher darum, dass sie aus der Matrix geflohen sind. Lady Ava said that when a world is consumed by darkness, it merely goes to sleep. Wie passend, dass wir gleich, wenn wir die Cutsdienste zu Ende geguckt haben, Dream Drop Distance weiterspielen. Denn er erzählt hier auch nochmal, wenn Welten von der Dunkelheit verschluckt werden, werden sie nicht wirklich zerstört. Nein, sie gehen halt in den Reich des Schlafes und pennen weg. Ja. Genau. Das sagt er jetzt auch nochmal. Und er sagt jetzt, diese Arche, die er da benutzt hat, das war ein Prototyp oder was? Und dass man da ja jemanden braucht, der sich an dich erinnert und der sich an deine Form, der dir die Form gibt. Und dass man hier eigentlich gar nicht raus kann. Weil das ist extra gemacht worden, um die Dunkelheit zu binden, wenn man so will. Das ist anfangs der Arche you're using. Ja, genau. Die ist unfertig, die Arche. Ein Medium, um deine Form am Ziel nachzubauen. Meint er damit jetzt eine Replika oder meint er damit jetzt nur die Erinnerung? Ne, er meint jetzt wirklich das andere Ich, ne? Deswegen das Auge vom Meister der Meister. Das wurde ja auch, das wurde mittlerweile ja auch bestätigt, dass ich damit recht hatte, mit dem Auge vom Meister der Meister. As well as someone who remembers you. Ja, genau. Und deswegen kann der Meister Meister das machen, weil er hat das Auge und er hat einen Ushu, der sich an ihn erinnert und so weiter und so fort. Und bla bla bla. Hast du einen Plan? Well. Only to give what remains of my life to fulfill this duty. Hm. You're brilliant in every sense of the word. And be a waste if your life were to end here. What? Er sagt, Brain sagt, er würde quasi alles dafür tun, um seine Pflicht zu erfüllen. Und Lushu sagt, ey, du bist ja ein krasser Typ, es wäre eine Verschwendung, wenn du jetzt schon drauf gehst und kommt ihm näher. Das macht zeitlich wenig Sinn. Angenommen, Lushu nimmt sich jetzt den Körper von, von Brain. Dann könnte Brain später wirklich Brake sein. Aber das würde nicht passen, weil dann müsste er ja von Punkt hier hunderte, tausende Jahre in die Zukunft reißen, um dann im Burst by Sleep Break zu sein. Und dann würde das nicht zu dem passen, eigentlich, was in seiner Aufzeichnung steht. Weil er ja gesagt hat, ey, ich habe so viele verschiedene Leben gelebt, gelebt, Leben gelebt, nach Leben gelebt, nach Leben gelebt, nach Leben gelebt. Und das würde eigentlich keinen Sinn ergeben. Der Teaser macht mich schon ein bisschen fickerig hier, ne? Ich hätte halt nach King Marks 3, weil da ja wirklich aber noch mal reduziert wurde, da hatte ich ja wirklich gedacht, dass aber Subject X ist. Aber es sieht ja jetzt, es sieht jetzt ganz klar danach aus, dass es, dass es doch einfach Skuld ist. Ja, und es ist ja auch schon halb Komfortform, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, weil nämlich gesagt wurde, dass es Subject X schwarze Haare hatte. Ähm, und dass es deswegen eigentlich die sein muss. Und das passt auch zu einfach, wenn, wenn, wenn Skuld die Freundin von, ähm, Issa und Lee ist, passt das einfach zu dem Thema. Weil, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, ne? Weil Lee, beziehungsweise Axel, hat ja mit Feuer das Symbol Sonne. Und Issa hat, äh, oder Sykes hat das Symbol, ähm, Mond. Und dann hast du jetzt halt Skuld mit den Sternohrringen und Sonne, Mond, Sterne. Es passt halt, ne? Was ist so lustig? Oder haben wir uns wissentlich geopfert? I'm surprised by how easy the darkness is a fool, or is it just you guys in particular? What? Wait, you're not... So even though you don't have forms, you can't pass through unless... Was? Selbst obwohl ihr keine Form habt, könnt ihr nicht durch... Achso, wenn euch niemand aufschließt. Obwohl ihr keine Form habt, könnt ihr trotzdem nicht einfach durchgehen, wenn euch keiner aufschließt. Das wäre eine Schande. Aber wo sind sie denn jetzt? Was ist das überhaupt für ein Raum? Ist das ein Teilchenbeschleuniger? Sind die in der Schweiz? Ephemer lockt die Weg in. Now I've done the same to the way out. We're trapped in this portal cable. Ah! Did you pretend to be possessed just to make this happen? Finally figured it out, huh? But you're too late. We've won. You're a wretch! Alter, wir sind MVP, Alter! Wir sind... Most valuable player! Also haben Ephemer und Player jetzt die Dunkelheiten... in einer riesigen Pringles-Dose eingeschlossen. Gehen da rein. Er macht zu von der anderen Seite. Wir sind drin. Und wir machen... von ihm drin zu. Das heißt... Weißt du... Wir verhungern und verdursten und verwesen einfach in irgendeinem... Baukabel oder was? Echt jetzt? Selbstzerstörungsmodus aktiviert! Ich bin jetzt... Ich hänge jetzt ein bisschen... Wo sind die beiden jetzt? Die waren noch in der Datenwelt zurück. Brain ist in die richtige Welt. Dann kamen wir zu Lushu. Hat irgendwas mit Brain gemacht. Und jetzt haben sie die Pods, die in die Datenwelt... abgeschoben wurden von Brain. Haben sie jetzt benutzt. Sind jetzt aber wieder in der realen Welt. Richtig? Oder komme ich jetzt nicht selber nicht hier richtig hinterher? Sind jetzt in der realen Welt meine ich, ne? Und jetzt ist... Jetzt müssten sie ja eigentlich trotzdem... Jetzt müssen sie ja noch mal eine neue Weltenlinie oder so oder nicht? Aber das sieht sehr nach Daten aus. Das ist da, was da gerade ist. Das sieht nicht nach... Darkness Ball of Darkness... Darkness Destruction of Darkness. So, also... Eigentlich... Das verstehe ich jetzt aber gerade nicht. Die müssten doch eigentlich... In der realen Welt sein. Aber dieses Kantenflimmern deutet so nach Datenwelt. Deutet so auf Datenwelt hin. Und das müsste eigentlich der Stand sein, in dem die Welt ist, bevor sie abgehauen sind. Weil die gingen ja unter. Ne? Oh. Der Meister der Meister, oder? A fictional world. Oh! Hohohohoho! Jetzt wird's juicy, Alter! Verum Rex Quadratum? Come on! The smaller the world, the easier it is to control. So, let's open it up, little by little. As if we're lining up books of fairy tales, one by one. As we add book after book, the world expands into infinity. Meint er mit den Büchern... Ähren? Also eine Ära nach der nächsten Ära? Oder meint er mit den Büchern... Und den Fairy Tales... Jetzt Weltlinien? Weil jedes Mal, wenn der Meister der Meister irgendeinen Quatsch fabriziert mit Zeitreisen, öffnet sich eine neue Worldline, neue Worldline, neue Worldline. Ist jetzt... Die Frage... Oder meint er vielleicht auch nur... Wir fangen jetzt mal bei einer Welt an, und dann gehen wir weiter. Aber da... Eigentlich rein theoretisch müsste damals ja da... Zu dem Zeitpunkt, wo die miteinander reden müsste, die Welt ja noch eins sein. Da gab's ja noch keine getrennten Welten eigentlich. Aha! Es gibt Orte in dieser Welt, wo das Licht nicht hinkommt, aber es gibt keinen Ort, wo Darkness es nicht könnte. Oder spricht er jetzt... Oder hat er irgendwie jetzt wirklich die Disney-Welten selbst provoziert? Das Einzige, was wir wissen, in dem passender Weise Age of Fairytales war, dass die Welten eins waren, dann kam der Schlüsselschwertkrieg, und danach gab es überall die Welten. Wir sehen ja aber in Dark Road, wie sich die Welt von Aladdin, glaube ich, erst formt. Was die noch nicht gab. Spricht er jetzt... Hat der Meister der Meister wirklich jede Disney-Welt designt? So, in welchem Welt willst du, dass du nachdenken möchtest? Ein Welt unbekannt und unbekanntes. Somewhere in der Dunkelheit oder Licht kann Kontrolle nehmen. Quadratum! Qua-fucking-Dratum! Und er sagt auch, Licht und Dunkelheit kann sich da nicht einmischen, deswegen geht er da hin. Und ich bin jetzt... Ich lehne mich jetzt... Ich übel jetzt vielleicht schon zu früh und lehne mich jetzt schon zu weit aus dem Fenster. Aber I told you, der Grund, warum der Meister der Meister in diese Weltenlinie geht, ist, weil er einen Weg finden möchte, um die Dunkelheit zu besiegen. Jenseits von Licht und Dunkelheit. If whatever is being imagined, if whatever is being imagined can be made real, then it belongs to reality. Aha! Ah! But as I told you, I'm talking about a world that's inconceivable. Which is... Deswegen fiktional. Somewhere in either eyes no voices can reach. A world of... What is that for a blind symbol? What is that? Was? Was für verfickte Hieroglyphen baust du mir ein, Nomura? Was erlaubt Nomura? Was ist das für ein Zeichen? Als wäre das Kai nicht schon abstrus genug gewesen als Buchstabe. Was ist das für ein Zeichen? Ich kenn das nicht. Aber hat der Meister der Meister gerade gesagt, dass er sich Quadratum ausgedacht hat? Von wegen... So Disney-like mäßig. Disney-Magie. If you wish upon a star, we are connected to the hearts of your people and readers. When your hearts fade, so do we. When your hearts fall and you fall asleep, we become something that can protect you in the... Ohhhh! Die hässlichen missgeburten Dream Eater sind die ganzen alten Schlüsselschwertkrieger? What? What? Die sind trotzdem alle bekackt hässlich. Aber was ist da mit Chiriti? Ist er... Es wurde gesagt, der Meister der Meister hätte die Dream Eater bzw. die Chiritis erschaffen. Dass die nach seinem Design waren. Hat der irgendwie Leute geopfert und hat die die... Aber warum sind die jetzt... Lösen die sich jetzt in Licht auf, weil es zu hell ist? Wenn du dich in Dunkelheit auflöst, wirst du zu einem Herzlosen und einem Niemand. Wenn du dich in Licht auflöst, wirst du dann Dream Eater oder was? Vor allem Sora, Alter. Sora hat einfach in... In Dream Drop Distance und in... Kingdom Hearts 3 mit seinem... Mit seinem... Mit seinem einen Limit da. Kann der ja den ganzen Dream Eater wiederholen. Diese bekackte kleine Gameplay-Mechanik ist fucking story... Heavy. Und ist wichtig. Sora wird halt der Schlüssel über die Dream Eater-Funktion, die er hat. Später... Alle... Gestorbenen Menschen in den Schlüsselschwert-Träger zurückzuholen. Fuckin' dem Mura, Alter. Du meinst, ich könnte nicht zu wählen? Wenn du ein paar schlafen, wirst du mit einem neuem Herz joinen. Wenn du nicht pennen willst, vereinigst du dich mit einem ganz neuem Herzen. So wie Ventus sich im Prinzip mit Zora verschmolzen hat. Aber wer? Kennen wir die Person? Was ist das? Was ist das? Was? Ist das die... Ist das Baby Xeranoth? MAPEL BABY! Was? Das kleine, sonnenbankgebräunte Baby, oder? Ist das nur eine Erdnuss mit ein bisschen Schimmel obendrauf? Ist das Baby Xeranoth, Alter? Das erstens, dann muss das... Ist das Xeranoth's Moody? Was ist das für eine Person da in dem... In dieser Kutte? Und dieses... Das ist doch nicht Destiny Island. Das ist doch nicht Destiny Island. Das sieht aus... Die Architektur... Sieht einfach mal fucking aus wie Insomnia. Wie die Stadt aus Versus 13, beziehungsweise aus 15. Die Architektur, das sieht aus wie Insomnia. Das sieht aus wie Final Fantasy 15, beziehungsweise... Äh... Final Fantasy... Versus 13. Heißt das Xeranoth kommt aus Quadratum? Ey, what the fu... Ja! Na, er hatte... Was? Aber er merkt es... Er notest nicht. Player ist Xeranoth! Wir sind Xeranoth! Was? Everybody is Xeranoth! Just... Just... Achieve new heights! Everybody is Xeranoth! Ich bin Xeranoth! Und du bist Xeranoth! Wir alle sind Xeranoth! Ha! We are going to turn you all into Xeranoths! Ich bin Xeranoth! Ich bin Xeranoth! Ich bin Xeranoth! Und du bist Xeranoth! Wir alle sind Xeranoth! Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Nein! Wir sind alle ein bisschen Xeranoth! Was zum Fick nun, Mura! Und wer war der alte Sack? Der da über Xeranoth gewacht hat! Und warum und überhaupt und... Das erklärt aber, warum er in Dark Road diese Flashbacks hatte! Die Union Leader! Die Seven Deadly Sins! Ich habe nicht mehr daran geglaubt! Aber... Was wäre, wenn die Union Leader, also... Daira, Asset, Gula und so weiter... Wenn das tatsächlich... Wenn das wirklich... Wenn das wirklich... Sora und Co sind! Wenn sie die Masken abnehmen! Wenn die normale Reinkarnation... Jetzt auf einmal ein Ding in Kingdom Hearts ist! Weil man muss sich immer noch fragen, warum die jetzt nicht zur letzten Welt geht, wenn sie drauf gehen! Aber hey, die ist die Magie! Wenn Reinkarnation jetzt auf einmal ein Ding ist! In Kingdom Hearts! Guckt euch die Pose von Gula an! Das Render! Guckt euch die Pose von Sora an! Aus Kingdom Hearts 3! Das offizielle Render! Selbe Pose und so weiter! Es gab schon länger ja halt die Idee, dass die das vielleicht sind, aber... Mit den ganzen Story-Verstrickungen habe ich jetzt nicht mehr reingeglaubt! Was ist, wenn... Sora, Rikukari und so weiter... Wenn das wirklich... Die... Boah! Nomura, Alter! Mein Mind! Wenn das wirklich... Was ist, wenn wir in Kingdom Hearts 4 gegen uns selbst kämpfen, wir nur noch nicht wissen, dass wir es selber sind! Wenn... Aira und so weiter, die die Vorteile als... Als... Als der Lucia sich zurückgeholt hat, dass er die eben nicht die Macht des Erwachens nutzt! Oder... Was auch immer! Wie... Also ich hatte gedacht, er benutzt einfach die Macht des Erwachens, um sie mit dem Schlüsselschwert Friedhof zu holen! Did you summon us back? Yep! Das ist eine Zeitreise, Alter! Das ist eine... Fucking... Zeitreise! Wir sind die Vorteile! Wir sind die Vorteile! Das ist doch so! Das ist keine Linie! Das ist ein Kreis! Das ist ein Kreis! Die Vorteile sind Sora und Co. Und die kämpfen gegen sich selbst! Alter, das ist aber... Boah! Dann könnte Sora doch der Meister der Meister sein! Dann könnte Sora doch der Meister der Meister sein! Alter, mein Kopf gerade! Hahaha! Alter, Numura! Ich sag's ja immer wieder! Wir kriegen... Weißt du... Wir kriegen neue Infos! Wir kriegen Schnipsel an neuen Infos von Numura! Und schon wird fast alles wieder über den Tisch geschmissen! Ey, das ist doch... Ich bin voll bei Smash Bro LTE gerade! Seh ich auch so! Ich fänd das auch schwach! Aber... Wenn wir uns da... Reinkarnation war vorher nie ein Ding! Reinkarnation gab's vorher nie in Kingdom Hearts! Nie! Deswegen hab ich's auch nicht weiter verfolgt! Aber wenn Numura jetzt... Diesen Topf aufmacht... Project Oath... Wird einfach... Fucking Dream Drop Distance 2! Das pa... Warum sollte er sonst jetzt Dream Drop Distance nochmal so forcieren? Es passt einfach! Und es passt auch sehr gut, dass wir jetzt gerade Dream Drop Distance spielen! Verdammter Numura! Ah! Credits! Natürlich! Aber es gibt dann... Die letzten beiden Cutscenes, die oben noch sind... Sind dann wohl... Äh... Secret Endings! Da ist ein Pod! Ach guck mal das... Oh! Oh warte! Das ist Daybreak Town! Da ist der Pod! Er hat geschrieben... Daybreak Town will be destroyed by Darkness Sphere! Only the Clock Tower is intact! One of the Pod arrives in a little island, where will be created Scala at Kylum! Okay, wenn wir jetzt sehen... Das FMA hier Scala at Kylum gründet... Es ist auf jeden Fall FMA! Ah, da kommt Malephits! Malephits! Es kommt jetzt auch wieder aus Kingdom Hearts 2! Das ist eine Custom aus Kingdom Hearts 2 gerade! Das spielt gerade bei Kingdom Hearts 2! Sora ist gerade mit Donald und Goofy da in dem Turm! Malephits kommt wieder! Lorium in dem Blumenfeld! Aber Donner? Okay! Die werden jetzt geprägt oder was? Hat sich die Dunkelheit vielleicht in Lorium und Arena reingeflüchtet und starke Herzen und deswegen sind sie niemander geworden, weil die Dunkelheit... Deswegen sind sie niemander geworden! Und Lorium ist im Blumenfeld, deswegen Blumen! Und Arena im Gewitter! Gewitter! Deswegen Elektrizität oder was? Ist aber lame, aber... Okay! Das sieht aus wie... Könnte alles sein! Was war das für eine Silhouette? Keyblatt Graveyard? Könnte auch so ziemlich jeder sein! Diese Silhouette! Lushu! May your heart be your guiding key! He did it again! Wait! Achso, nee! Okay, Lushu hat sich den Körper von Brain genommen, okay. Lushu hat sich den Körper von Brain genommen, ja. Okay. Das war ja vorhin in der Cutscene wurde es ja auch schon ein bisschen angeteasert. Okay, dann war anscheinend Brain das allererste... Der allererste neue Körper von Lushu. Was? Da muss ja noch ein Video kommen. Die Szene passt chronologisch nicht so ganz. Sie kam eigentlich eher dran. Was? Okay! Was? Shit! Das war eigentlich die zweite Cutscene. Ich hab doch gewusst... Irgendwas hat hier gefehlt, ne? Ich hab sie aber nach der Reihenfolge aufgeklickt, wo sie hochgeladen wurden. Ich hoffe, du kriegst wieder deine Freundin zu sehen. Wusstet ihr eigentlich, dass er in seinem Niemand-Boss-Kampf auf Streletzia steht in Chain of Memories am Ende? Er kämpft eigentlich gegen Lorem und gegen Streletzia in Chain of Memories am Ende. Müsst ihr euch mal angucken, falls ihr es nicht wisst. Who's there? Snake. Just you, hm? Achso, dann kam Lushu. Da hätten wir jetzt andersrum gucken müssen. Ja, okay. Aber wieso ist das jetzt ein Worldline-Change? Where am I? Hä? Wie... Hä, was? Das ist doch jetzt Brain! Oder Lushu! Oder... Hä? Wer ist das? In your brain, right? Yes, der sieht aus wie jemand aus Final Fantasy 14. So wie der angezogen ist. Yeah. Gehört das zu seiner Kapuze oder sind das Haare? Ist das Streletzia? Nee, oder? So it was true. Who are you? Oh, excuse me. I'm Sigurd. Sigurd. Äh... Das hab ich schon mal gehört. Das ist auch irgendwas mit... Äh... Nordischer Mythologie, meine ich. Sigurd, ne? Das passt zu dem Thema der... Schlüsselschwert. Das passt zu dem Thema von Skylight Cylum. Zum Schlüsselschwert-Regen aus Skylight Cylum. It was set in stone that you would escape the destruction of Daybreaktown and arrive here today. What does that mean? I'm a bit lost here. Ey, nicht nur du! Really splattered it all in HQ. Wieso reden die die ganze Zeit von HQ? Yozora wird ständig Commander genannt. Sie sagen nicht irgendwie zuhause oder so, sondern HQ. Als wären sie eine Organisation. Und... Luxord... Sagt halt... Zu Yozora... Commander! Commander! Von wegen auch. Das ist auch das Thema von wegen... Militärisch. Kommandant. HQ. Und nicht irgendwie was anderes. Ein Brunnen? Sad. That's the man who founded this town. Skala... Wir sind in Skala at Cylum. The first Keyblade Master. That's the man who founded this town. Skala at Cylum. The first Keyblade Master. Aber Skala at Cylum, die war doch sehr weiß. Das ist jetzt eher alles grau. Aber okay, dann sind wir in Skala at Cylum. Und dann ist das auch anscheinend zusammen mit Dark Road. Ephemer! Okay, er hat Skala at Cylum. Zumal... Er hat hier... Das Schlüsselschwert von Eraqus. Zumal auch von Aqua. Was ja eigentlich das Schlüsselschwert von Brain war. Aber what... What the fuck, man? I'm off to return. King of Mars. Ja, Project of. Verdammter Muraya. Muss ich mich daran setzen, auf jeden Fall jetzt das Story-Video zu schreiben. Das heißt, ich muss mir nochmal alle verdammten Cuts... Das wird lang, Alter. Glaube ich. Das wird lang. Das wird... Das wird... Das wird arg lang, ja. Shit, Mann. . , . . . . . . , dass , . in Untertitelung des ZDF, 2020